Heute ist ein schöner Tag, denn es ist Rückwerf Donnerstag. Schauen uns alte Videos an und haben FUN 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 Deswegen bin ich gegen den Regen. Der Regen hört nicht auf, mich auch zu regen. Regen macht mich schierisch depressiv. Man sollte, sagen die Kollegen, den politischen Protest-Song, aber allen wegen fegen, ja okay, meinetwegen. Ich habe neue Freundesanfragen. My reindeer fliesst sideways, your reindeer is dead, boom, boom, boom. Man achtet auf die cool Grafie. I'm not just one of your many toys. Und zwar hätten wir hier, nein, dann kommst du in einen Vegas-Film. Achso, doch, das geht ja doch. Oh yeah, schon mal ein Pärchen. So, wenn man die noch ein bisschen rausquengelt. Fold. Young man, your transfer's expired, would you please pay full fare? I just got this transfer. Hey, can you open up the back door? Either pay your 65 cents or you'll have to leave the bus. No, are you kidding me, I just got it. Will you please open up the back door? Standin' on the corner, waitin' for a birthday. Hey, Mr. John, man, don't be slow. Cause I got somewhere, I gotta go. Ich habe heute etwas gelesen, was mich sehr erschüttert hat. Erdkröten-Männchen können einen Befreiungsruf ausstoßen. Hart trifft es die Weibchen. Sie können nicht um Hilfe rufen und werden in der Umklammerung oft zerquetscht, erstickt oder sie ertrinken. Ich war heute wirklich kurz davor, eine Initiative zu gründen, die da heißt O-G-O-G-D-A-F-K-M-A-L-N-G-T-S-S. Oh Gott, oh Gott, die arme Frösche kann man aber leider nichts gegen tun. Schade, schade. Ich weiß von Schafen, die dich locker austricksen würden. Ich habe schon Pullover mit einem höheren IQ gehabt, aber du denkst, du bist ein Intellektueller, nicht wahr, du Affe? Affen lesen nicht Philosophiebücher. Doch, das tun sie, Otto, sie verstehen sie bloß nicht. Ich darf dich da in ein paar Dingen berichtigen, okay? Aristoteles war kein Belgier. Und die Hauptbotschaft des Buddhismus lautet nicht, jeder kämpft für sich selbst. Und die Londoner Untergrundbahn ist keine politische Bewegung. Das alles war ein Fehler von dir, Otto. Ich habe es nachgeprüft. Scheußlich, hm? Es gibt Schlimmeres. Was meinst du damit, es gibt Schlimmeres? Man kann auch erdeutscht werden. Erdeutscht, was? Das dauert nur eine Sekunde. Die Kreuzigung dauert Stunden. Das ist ein langsamer, grauenvoller Tod. Na ja, aber wenigstens ist man dabei an der frischen Luft. Er hat eine Meise. Es ist ein langsamer. Ich bin Schlimmer. Vielen Dank.